Werner Goldschmidt kannte ich wie die meisten wahrscheinlich auch von seiner ersten großen Publikation Klassenkämpfe in Europa. Das war für alle Linken in der Bundesrepublik so in den 70er Jahren schon mit die wichtigste Publikation, die zeigte, man kann auch politische Auseinandersetzungen in Europa anders führen als bei uns in der Bundesrepublik. Und dann habe ich ihn intensiver kennengelernt, als er sich hier an die damalige Hochschule für Wirtschaft und Politik bewarb und ein klarer Fall für Berufsverbote wurde. Und dann natürlich auch mit dem Stolz der Institution, dass ein Kollege, der zu der Zeit Rektor war und gar nicht seiner weder wissenschaftlichen noch politischen Ansicht war, dann doch mit sehr viel geschickt durchsetzen konnte, dass Werner berufen wurde, wenn auch nicht zu den Bedingungen, die an sich ausgeschrieben waren. Das war der erste Kontakt. Und dann habe ich mit ihm sehr intensiv zusammengearbeitet, als wir ihn einluden, bei uns mitzumachen, bei den Juristen. Die hatten einen Arbeitskreis über juristische Theorie und so weiter. Und da dachten wir auch zu Recht, dass Werner eine wertvolle Bereicherung wäre, weil er politische Soziologie unterrichtete und vom Fach war und da natürlich auch eine ganz breite Kenntnis hatte. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit im wissenschaftlichen Bereich, vor allem am Professorin-Diskussionskreis, ja fast 35 Jahre geworden. Werners Berufung, kann man auch sagen, war kein Berufsverbot, sondern war eine schwierige Berufung. Dasselbe ist auch mir passiert. Ich bin auch nicht Parteimitglied gewesen, aber habe über ein Jahr auf meine Verbeamtung warten müssen und zweimal mit Arbeitsverträgen verlängert. Nicht ganz so schlimm wie Werner, aber auch ein bisschen. Es ging auch ein Generalverdacht gegen alle kritischen linken Leute. Und die, ich würde schon sagen, SPD damals in Hamburg hat eingeschätzt, der Laden HWP wird uns zu links. Und da wollen wir andere Leute reinhaben. Und dann hat man mit der Verbeamtung oder mit der Berufung bei ihm sehr gezögert. Ich kann nicht genau sagen, wie der studentische Protest um seine Berufung entstanden ist. Es gab sicher einige Studierende in der HWP, die ihn schon vorher kannten. Aber es war ja dann so, und das haben wir dem damaligen Rektor sehr hoch angerechnet, der dann gesagt hat, okay, jetzt gibt es Schwierigkeiten in seiner Berufung, aber jetzt darf er trotzdem bei uns lehren. Und zu Anfang bekamen wir einen Lehrauftrag und dann nachher einen Arbeitsvertrag. Da hatte die Hochschule mehr Spielräume und konnte sich auch gegen die Wissenschaftsbehörde leichter durchsetzen. Und dann kannten sie ihn von der Lehre und wussten natürlich dann auch, dass das ein sehr studentenfreundlicher, sehr nachdenklicher, sehr kritischer Typ war. Und ich denke, dann hat er einfach die Leute und die Studierenden auch zu einem großen Teil natürlich als Linker und jemand, der verhindert werden sollte, weil er politisch nicht genehm war, aber dann gleichzeitig eine sehr angenehme Lehrperson ist. Und das spielt für Studenten natürlich auch eine Rolle, denn das gibt es nicht 100 Prozent an der Uni. Werner hat auf mich vor allem natürlich im beruflichen Zusammenhang, wir hatten gar nicht so viel persönlichen Kontakt im beruflichen Zusammenhang, schon als ein sehr ausgleichender, sehr auch den Konsens suchender Wissenschaftler gewirkt. Und die Gefahr bei allen Linken, meine Person inklusive, ist, dass wir zu ideologisch festgelegt an Probleme rangehen. Werner war jemand, der zwar eine klare wissenschaftliche Ausrichtung hatte, ich würde Ihnen sagen, sowohl was das Sozialwissenschaftliche handelt, ein materialistischer Dialektiker, sehr stark von Marx und Hegel beeinflusst, das ist gar kein Zweifel, aber in der konkreten Diskussion sowohl theoretischer Positionen wie auch dann konkret hochschulpolitischer oder politischer Positionen, war unglaublich offen. Er war konsensorientiert, was die konkrete praktische Politik anbelangte, aber er war kein Opportunist. Und das machte ihn natürlich unglaublich angenehm im Umgang, sowohl wissenschaftlich wie auch politisch. Man wusste, wo er steht, da war es sehr berechenbar, aber man konnte mit ihm sehr gut diskutieren und auch praktisch sehr viel in der Hochschulpolitik durchsetzen. Er war jemand, der sehr stark auch in der Hochschulpolitik, im Hochschulrat, in Ausschüssen und so weiter sich durchsetzte. Und ich habe dann einmal sehr intensiv auch von etwas unterschiedlichen linken Positionen mit ihm zum Beispiel einen Grundkurs entworfen und Kurse mit durchdiskutiert und das war sehr angenehm. Er war kein festgelegter Ideologe, also das würde ich deutlich sagen. Er blieb bis zum Schluss ein Marxist, das war gar kein Zweifel, aber auch im Marxismus, das ist ja nun sehr offensichtlich und auch für die meisten ja doch bekannt, gibt es sehr unterschiedliche Positionen und er ließ sich verunsichern. Also ich weiß noch, dass jetzt im Winter, im letzten Jahr, im letzten Halbjahr, er hier in Hamburg an einer Tagung von dialektischen Physikern teilgenommen hat, die also versuchten, das Prinzip der Dialektik in die Physik zu übertragen und unglaublich kritisch darüber referierte, auch enttäuscht war, dass ihn das nicht befriedigte, wie die versucht haben, an sich seine politische und gesellschaftswissenschaftliche und auch theoretische Grundüberzeugung jetzt in die Physik zu übertragen. Und wir haben im Arbeitskreis unglaublich viele Theoretiker auch behandelt, die schon sehr auf der anderen Seite stehen, sozusagen, mehrere kritische Rationalisten, weil wir auch einige große Vertreter der kritischen Rationalismus, also eines sehr radikalen erkenntnistheoretischen Liberalismus hatten. Das hat er schon ernst genommen, aber das konnte weder ihn noch mich überzeugen. Ja, aber das wurde diskutiert. Werner war sicher kein Aktivist. Er war weder ein Aktivist im Sinne Hochschulpolitik oder allgemeiner Politik. Er war auch kein Aktivist im, wenn Sie so wollen, im wissenschaftlichen Sinne. Er hat keine Schule oder wollte auch keine Schule gründen und war auch nicht der Überzeugung, dass er dazu taugen würde, würde ich mal vermuten, sondern er war eher ein immer sich vorwärtstastender, sehr reflektierender, dadurch auch sichererer, unsichererer Linker. Die gibt es nicht so oft. Das würde ich schon sagen, die gibt es nicht so oft wie bei allen Wissenschaftlern. Die kommen sehr schnell zu sehr dezidierten Meinungen. Und das war eher, ich würde sagen, einerseits sicher eine Schwäche, aber andererseits auch eine unglaubliche Stärke, immer wieder nachzudenken, sich immer wieder in Frage stellen zu lassen. Sonst hätten wir auch nicht so lange in diesem Arbeitskreis mit sehr unterschiedlichen, es sind ja noch andere Leute, mit sehr unterschiedlichen Positionen so lange gut diskutieren und fruchtbar diskutieren können. Das ging mit Werner gut, das ging längst nicht mit allen Kollegen gut. Und Werner wusste auch, welche Kollegen, die er sehr schätzte, aus dem linken Kreis, aber nicht in die philosophische Diskussionsrunde gehörten, weil das nicht geht. Die waren festgelegt, die kamen immer auf ihr selbe Sache zu sprechen und das half nicht, wenn er offener war, kritisch war und auch sich in Frage stellt. Was machte Werner interessant? Weshalb war Werner für uns befruchtend? Das hat mehrere Gründe. Einmal, ich würde mal schlichtweg sagen, er hatte ein unglaublich breites Wissen. Das ist sehr wichtig, ohne damit aufzutrumpfen. Er hatte das schon, spielte damit auch gerne und brachte das auch zu Wort, das war es nicht. Er konnte immer einen korrigieren, wenn man irgendwas falsch hatte, aber er machte das in einer Art und Weise, die einem sehr leicht machte, dann weiter zu diskutieren. Also nicht so schroff. Das war sicher das eine. Das zweite war, wie gesagt, er stellte sich selbst auch in Frage, bei aller Festigkeit in den Grundansichten, die ja auch gut begründet war. Und das ist für eine Diskussion mit einem Wissenschaftler schon sehr hilfreich. Wenn Sie mit Herrn Habermas diskutieren, dann wissen Sie auch, was der vertritt. Und obwohl das auch ein relativ offener, sicher sehr viel eitler und von sich selbst stärker eingenommener Typ ist. Aber bei Wissenschaftlern ist es wichtig, dass man einerseits sie doch schon vom Hintergrund her verorten kann, auf der anderen Seite ein sehr offenes, kritisches Gespräch führen kann. Was auch wichtig war, wir haben auch natürlich viel über Politik diskutiert, auch über Hochschulpolitik, dass er sich nicht so den Zwängen der Praxis unterordnete. Ich würde dazu nicht Elfenbeinturm sagen, sondern für mich ist ein Elfenbeinturmwissenschaftler jemand, der wenig auf die Praxisrelevanz seiner Thesen und seiner Theorien achtet. Das ist ja bei ihm nicht der Fall gewesen. Das konnte er auch nicht, weil er ein unglaublich breites Wissen über die Geschichte hatte und über die Geschichte der Theorien und der Theorieentwicklung und auch über die praktische Politik. Also das konnte er nicht. Er war ja immer, das habe ich immer bewundert, zusammen mit einigen anderen Freunden aus der HWP, er war ein eifriger Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, obwohl er sie ja hasste gleichzeitig. Oder mit ihr nicht sehr gut, was die politische Grundrichtung anbelangte, umgehen konnte. Aber er hat sich die natürlich zugemutet. Und dass sich jemand wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erkenntnisse zumutet, das ist nicht mehr Elfenbeinturm. Nein, er war schon auch mit, er hat auch immer, auch wenn er über Macht und Herrschaft philosophierte oder wissenschaftliche Beiträge verfasste, hat er immer natürlich auch vor dem reichen Hintergrund des historischen und kritischen, philosophischen Wissens publiziert und argumentiert. Sonst gab es eher einen allgemeinen, sehr intensiven Austausch, auch quer durch alle politischen Richtungen über so politische Grundfragen. Wohin geht die Bundesrepublik, stimmt es, dass wir zunehmend mehr sozusagen vom Finanzkapital beherrscht werden und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die man natürlich intensiv diskutiert hat, aber da war ja auch keiner, der hundertprozentige Antworten wusste. Aber da ging er schon eher in eine klassische marxistische Analyse. Mein Schwerpunkt war Arbeits- und Sozialrecht und allgemeine Rechtstheorie, die Rechtsphilosophie. Da im letzten Rechtstheorie, Rechtsphilosophie lag dann die große Schnittmenge mit Werner im Arbeits- und Sozialrecht, vor allem im Sozialrecht und ein bisschen mit der politischen Soziologie. Eine ja weniger große Schnittmenge lag darin, dass ich auch konkret in gewerkschaftlichen, in politischen Zusammenhängen Gutachten gemacht habe, unterrichtet und publiziert habe. Das war nicht Werners Ding. Das war klar, da konnte man auch nicht groß mit ihm drüber, mit den ganz praktischen Arbeiten diskutieren. Also die dahinterliegende Einschätzung zum Beispiel, was Gewerkschaften sind, wie weit sie notwendigerweise in das System des Kapitalismus eingebettet sind und auch sich nur mühselig befreien können, das konnte man natürlich wieder mit ihm diskutieren. Und da war er sicher sehr viel kritischer. Wir hatten zwei große kollegiale Diskussionszusammenhänge an der Hochschule für Wirtschaft und Politik. Das eine war eine Arbeitsgruppe mehr unter Juristen intensiv zu theoretischen Fragen. Zu der stieß dann Werner als Nicht-Jurist, ich glaube sogar der einzige Nicht-Jurist, dazu. Und dann gab es gleichzeitig einen Arbeitskreis, der vor allem von den Soziologen und den eher theoretisch-philosophisch orientierten Soziologen ausging, der sich mit allgemein theoretischen Fragen beschäftigte. Und Werner war in beiden Arbeitskreisen, war das verbindende Mitglied und hat dann nachher auch, ja, darauf weitgehend, ich denke, war das seine Initiative dafür gesorgt, als beide sich personell etwas ausdünnten, dass man zusammenkam, sich vereinte. Und dann waren wir zusammen in diesem Arbeitskreis, der Querbeet, alles diskutierte Klassiker und natürlich von den Aristoteles und Platon bis hin zu neuen modernen Evolutionstheorien, anthropologischen Evolutionstheorien und so weiter. Das war alles im Spektrum und das haben wir dann auch intensiv diskutiert. Werners Tod ist erstmal für uns in der Diskussionsgruppe und für mich privat ein ganz, ganz großer Verlust, weil das jemand ist, den ich auf der Linken und als Linkendenker sehr geschätzt habe. Und der für mich auch immer so etwas war, an dem ich mich reiben konnte, mit dem ich auch neue Erkenntnisse gewinnen konnte und mit dem ich natürlich auch sehr emotional positiv übereinstimmen konnte. Und Werner war schon jemand, der so wie bei mir in eher einem beruflichen, wissenschaftlichen Kontext unglaublich angenehm im Persönlichen war. Wir haben auch viel, ich habe auch mit ihm natürlich über die Krankheit seiner Frau geredet und so weiter, auf dem Weg oder wenn wir da mal einen Kaffee tranken und so fort. Das ging alles sehr, sehr gut, aber auch sehr offen. Und ja, natürlich konnte man auch gemeinsam, aber eher ja doch ironisch, leicht lächelnd über die Alterungsprozesse diskutieren. Warum hat Werner doch relativ wenig publiziert? Aber das, was er publiziert hat, war, finde ich sehr exzellent. Das habe ich auch gelesen. Haben wir nie diskutiert im Kreis. Das wollten wir auch nicht. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einmal, er war, das schätze ich auch sehr an ihm, einerseits ein ganz klarer, standfester Marxist. Auf der anderen Seite war er sehr reflektiert, sehr kritisch. Und man muss, wenn man publiziert irgendwann rüber springen und sagen, so, das ist es jetzt. Und das hat er weder intellektuell wirklich, ich denke, in vielen Fällen gewollt. Er wollte noch mal nachdenken. Es gab noch Einwände. Es gab noch Modifikationen. Und das ist auch nicht sein charakterlicher Typ gewesen. Er ist jemand gewesen, der immer wieder sich selber auch in Frage stellte. Auch dadurch wahrscheinlich auch immer wieder neu drüber nachdenken wollte. Das macht ihn ja so angenehm. Er war eben kein Rechthaber. Auch nicht im Publikationssinne. Und ich glaube auch, dass wenn jemand so viel Unterschiedliches weiß wie er, er war ja auch sehr firm in Naturwissenschaften, nicht nur in Historie und philosophischer Literatur und politischer Soziologie und Soziologie insgesamt, dann wird das wahrscheinlich auch, wie soll man sagen, diese Reduktion von Komplexität, die Sie in jedem Aufsatz machen müssen. Sie müssen ja irgendwie da was machen. Das wird dann immer schwieriger, ja. Das sind diese großen, die Leute, die so viel wissen und dann nicht mehr, ja, durch ihre kritische, selbstkritische Haltung dazu kommen, alles das, was sie wissen, zu Papier zu bringen. So ein Typ war, das gibt es viel in der Wissenschaft. Aber er hat sich an die großen Theorien gewagt, nicht? Und dass man da nicht so selbstsicher ist, das würde, glaube ich, jedem, der ein bisschen kritischer ist, auch so gehen. Das hier ist der Raum, in dem wir uns von der Philosophischen Arbeitskreis getroffen haben. Das ist auch der Raum, wo alle ehemaligen Hochschullehrer der Universität, Fachbereich Sozialökonomie sich treffen, der uns sozusagen übrig geblieben ist. Und er steht unter dem Motto hier eines Zitats und einer politischen Partei von Rousseau, von dem Werner natürlich wusste, dass es nicht von Rousseau ist, sondern von einem ehemaligen Mönch oder ehemaligen Religionsanhänger aus der französischen Revolution. Und das ist auch eins der politischen, natürlich, ja, Punkte, in dem sich sowohl die Institution wie auch Werner und unser Kreis sicher getroffen hat.